Als Jesus dann zurückkehrte, nahm ihn das Volk mit Freuden in Empfang, denn sie hatten alle auf ihn gewartet. Da kam ein Mann namens Jairus, ein Vorsteher der Synagoge, warf sich vor Jesus nieder und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Er hatte nämlich eine einzige Tochter von ungefähr zwölf Jahren, und diese lag im Sterben. Während Jesus nun hinging, umdrängte ihn das Volk. Und eine Frau, die schon seit zwölf Jahren am Blutfluss litt und, obgleich sie ihr ganzes Vermögen an Ärzte gewandt hatte, bei keinem Heilung hatte finden können, trat von hinten an ihn heran und berührte die Quaste seines Mantels und augenblicklich war der Blutfluss bei ihr zum Stillstand gebracht. Da fragte Jesus, wer hat mich angerührt? Als nun alle es in Abrede stellten, sagte Petrus und die anderen bei ihm, »Meister, das Volk umdrängt und stößt dich doch von allen Seiten!« Jesus aber erwiderte, »Es hat mich jemand angerührt, denn ich habe gefühlt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist.« Als nun die Frau sah, dass die Sache nicht verborgen geblieben war, kam sie zitternd herbei, fiel vor ihm nieder und bekannte vor dem ganzen Volke, aus welchem Grund sie ihn angerührt habe und wie sie augenblicklich gesund geworden sei. Da sagte er zu ihr, »Meine Tochter, dein Glaube hat dir Heilung verschafft. Geh hin im Frieden!« Während er noch so redete, kam jemand aus dem Hause des Synagogenvorstehers mit der Meldung, »Deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht weiter!« Als Jesus das hörte, sagte er zu ihm, »Fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gerettet werden!« Als er dann in das Haus gekommen war, ließ er niemand mit sich eintreten außer Petrus, Johannes, Jakobus und die Eltern des Mädchens. Alle weinten und klagten laut um sie, er aber sagte, »Weint nicht, sie ist ja nicht tot, sondern schläft nur!« Da verlachten sie ihn, weil sie wohl wussten, dass sie tot war. Er aber fasste sie bei der Hand und rief ihr zu, »Mädchen, steh auf!« Da kehrte ihr Geist zurück und sie stand augenblicklich auf und er ordnete an, man solle ihr zu essen geben. Und ihre Eltern gerieten vor Staun außer sich, er aber befahl ihnen, niemandem etwas von dem Geschehenen zu sagen. Er rief dann die zwölf Apostel zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle bösen Geister sowie zur Heilung von Krankheiten. Hierauf sandte er sie aus, um das Reich Gottes zu verkündigen und die Kranken gesund zu machen, und gab ihnen die Weisung, »Nehmt nichts mit auf den Weg, keinen Stab, keinen Ranzen, kein Brot und kein Geld, auch sollt ihr nicht zwei Unterkleider haben.« Wo ihr in ein Haus eintretet, da bleibt, bis ihr von da weiterzieht. Wo man euch jedoch nicht aufnimmt, da schüttelt beim Weggehen aus einer solchen Stadt den Staub von euren Füßen ab, zum Zeugnis wieder sie. So machten sie sich denn auf den Weg und durchwanderten Dorf für Dorf, indem sie die Heilsbotschaft verkündigten und überall Heilung vollführten. Es hörte aber der Vielfürst Herodes von all diesen Vorgängen und fühlte sich dadurch beunruhigt, denn manche behaupteten, Johannes sei von den Toten auferweckt, andere wieder meinten, Elia sei erschienen, noch andere, einer von den alten Propheten sei auferstanden. Herodes aber sagte, »Johannes habe ich enthaupten lassen, wer ist nun dieser Mann, von dem ich solche Dinge höre?« Und er hatte den Wunsch, Jesus zu sehen. Nach ihrer Rückkehr berichteten ihm die Apostel alles, was sie getan hatten. Da nahm er sie mit sich und zog sich in eine Stadt namens Bethsaida zurück, um dort allein zu sein. Als aber das Volk es erfuhr, zogen sie ihm nach. Er ließ sie auch zu sich kommen, redete zu ihnen vom Reiche Gottes und machte die gesund, die der Heilung bedurften. Als sich dann der Tag zu neigen begann, traten die Zwölf zu ihm und sagten, »Lass das Volk ziehen, damit sie in die umliegenden Ortschaften und Gehöfte gehen und dort Unterkunft und Verpflegung finden, denn hier sind wir in einer öden Gegend.« Er aber antwortete ihnen, »Gebt ihr ihn zu essen!« Da erwiderten sie, »Wir haben nicht mehr als fünf Brote und zwei Fische, wir müssten sonst hingehen und Lebensmittel für dieses ganze Volk kaufen.« Es waren nämlich gegen 5000 Mann. Da sagte er zu seinen Jüngern, »Lasst sie sich in Gruppen, zu etwa je 50 lagern!« Sie machten es so und ließen alle sich lagern. Dann nahm er die fünf Brote und die beiden Fische, blickte zum Himmel empor, sprach den Lobpreis Gottes, und brach die Brote und gab sie immer wieder den Jüngern, damit diese sie dem Volk vorlegten. Und sie aßen und wurden alle satt. Dann hob man die Brocken auf, die sie übrig gelassen hatten, zwölf Körbe voll. Es begab sich einmal, als er in der Zurückgezogenheit im Gebet war, dass nur die Jünger sich bei ihm befanden. Da fragte er sie, »Für wen hält mich das Volk?« Sie antworteten, »Für Johannes den Täufer, andere für Elia, noch andere behaupten, einer von den alten Propheten sei wiederauferstanden.« Da fragte er sie weiter, »Ihr aber, für wen haltet ihr mich?« Petrus antwortete ihm, »Für den Messias, den Geseibten Gottes.« Da gab er ihn die strenge Weisung und gebot ihn, sie sollten das niemand sagen, und fügte noch hinzu, »Der Menschensohn muss viel leiden und von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und am dritten Tage auferstehen.« Dann sagte er zu allen, »Will jemand mein Nachfolger sein, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz Tag für Tag auf sich, und so folge er mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es erhalten.« Denn was hilfe es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewöhne, sich selbst aber verliere oder einbüßte? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er in seiner Herrlichkeit und in der seines Vaters und der heiligen Engel kommt. Ich sage euch aber der Wahrheit gemäß, einige von denen, die hier stehen, werden den Tod nicht schmecken, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Etwa acht Tage nach diesen Unterredungen nahm er Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf dem Berg, um zu beten. Während er nun betete, veränderte sich das Aussehen seines Antlitzes und seine Kleidung wurde leuchtend weiß. Und siehe, zwei Männer besprachen sich mit ihm, das waren Mose und Elia. Sie erschienen in himmlischer Herrlichkeit und redeten davon, wie sein Ausgang sich in Jerusalem vollenden sollte. Petrus aber und seine Genossen waren in tiefem Schlaf gesunken. Als sie dann erwachten, sahen sie seine Herrlichkeit und die beiden Männer, die bei ihm standen. Als diese von ihm scheiden wollten, sagte Petrus zu Jesus, Meister, hier sind wir gut aufgehoben, wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste nämlich nicht, was er da sagte. Während er noch so redete, kam eine Wolke und überschattete sie und sie gerieten in Furcht, als sie in die Wolke hineinkam. Da erscholl eine Stimme aus der Wolke, Dies ist mein auserwählter Sohn, hört auf ihn. Und während die Stimme erscholl, fand es sich, dass Jesus allein war. Und die Jünger blieben verschwiegen und teilten zu jener Zeit niemand etwas von dem mit, was sie gesehen hatten. Als sie dann am folgenden Tage von dem Berge wieder hinabgestiegen waren, kam ihm eine große Volksmenge entgegen. Da rief ein Mann aus der Volksmenge heraus, Meister, ich bitte dich, nimm dich meines Sohnes an, er ist ja mein Einziger. Siehe, ein Geist packt ihn, sodass er plötzlich aufschreit und er zerrt ihn hin und her, wobei ihm Schaum vor dem Mund tritt und lässt nur schwer von ihm ab. Er reibt seine Kräfte ganz auf. Ich habe deine Jünger gebeten, ihn auszutreiben, doch sie haben es nicht gekonnt. Da antwortete Jesus, O, ihr ungläubige und verkehrte Art von Menschen, wie lange soll ich noch bei euch sein und euch noch ertragen? Bring dein Sohn her! Während nun der Knabe noch auf dem Wege zu ihm war, riß ihn der böse Geist und zog ihn krampfhaft zusammen. Jesus aber bedrohte den unreinen Geist, heilte den Knaben und gab ihn seinem Vater wieder. Da gerieten alle außer sich vor Staunen über die gewaltige Macht Gottes. Während nun alle voll Bewunderung über alle seine Taten waren, sagte er zu seinen Jüngern, Lasst ihr die Worte, die ich euch jetzt sage, in eure Ohren dringen. Der Menschensohn wird bald in der Menschenhände überliefert werden. Sie verstanden aber diesen Ausspruch nicht, sondern er war ihnen dunkel, sodass sie seinen Sinn nicht erfassten. Doch scheuten sie sich, ihn wegen dieses Ausspruchs zu befragen. Es stieg aber ein Gedanke in ihnen auf, nämlich wer wohl der Größte unter ihnen sei. Da Jesus nun den Gedanken kannte, der sie beschäftigte, nahm er ein Kind, stellte es neben sich und sagte zu ihnen, Wer dieses Kind auf meinen Namen hin aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Kleinste unter euch ein ist, der ist groß. Da nahm Johannes das Wort und sagte, Meister, wir haben jemand mit deinem Namen böse Geister austreiben sehen und es ihm untersagt, weil er dir nicht mit uns nachfolgt. Jesus aber erwiderte ihm, Untersagt es ihm nicht, denn wer nicht wieder euch ist, der ist für euch. Als dann die Zeit seiner Aufnahme in den Himmel herankam, richtete er fest entschlossen, sein Augenmerk darauf, nach Jerusalem zu ziehen und sandte Boten vor sich her. Diese machten sich auf den Weg und kamen in eine Ortschaft der Samariter, um dort ein Unterkomm für ihn zu besorgen. Doch man nahm ihn nicht auf, weil er die Absicht hatte, nach Jerusalem zu ziehen. Als die Jünger Jakobus und Johannes das sahen, fragten sie, Herr, willst du, dass wir sagen, es solle Feuer vom Himmel fallen und sie verzehren, wie auch Elia getan hat? Er aber wandte sich um und verwies es ihnen mit den Worten, Wisst ihr nicht, welches Geist des Kinder ihr seid? Der Menschensohn ist nicht gekommen, um Menschenleben zu vernichten, sondern um sie zu retten. So ging sie denn in eine andere Ortschaft. Als sie dann weiterzogen, sagte einer unterwegs zu ihm, Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete ihm, Die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels Nester, aber der Menschensohn hat keine Stätte, wo er sein Haupt hinlegen kann. Zu einem anderen sagte er, Folge mir nach. Der entgegnete, Herr, erlaube mir, zunächst hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Da antwortete er ihm, Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber mache dich auf und verkündige das Reich Gottes. Noch ein anderer sagte, Herr, ich will dir nachfolgen, zunächst aber erlaube mir, von meinen Hausgenossen Abschied zu nehmen. Da sagte Jesus zu ihm, Keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und dann noch rückwärts blickt, ist für das Reich Gottes tauglich. Horch, neue, heitere Jugend, wegen eurer tierischen Verbildungen ist euer Dasein eine ewige Qual, denn ihr bereitet einander Herzeleid. Nicht ohne Grund heißt es in Jesaja, Kapitel 48, Vers 22, Für die Bösen aber gibt es kein Frieden. Deswegen legt eure verderbliche Bildung ab und nehmt ewige Bildung an, um Frieden zu finden. Blödsinn! Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de Und hier,